Herzlich Willkommen in der Heilpädagogischen Tagesstätte in Wilhelm Horst. Ich bin Jan Dirk Austermann und leite die Heilpädagogische Tagesstätte seit inzwischen 15 Jahren. Wir sind eine Jugendhilfeeinrichtung und betreuen Kinder im Alter zwischen 3 und 13 Jahren. Wir suchen aktuell Erzieherinnen, Erzieher oder Heilerziehungspfleger, Heilerziehungspflegerinnen, heilpädagogische Fachkräfte und Bewegungstherapeuten. Mir gefällt besonders gut, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und vor allem macht es mir Spaß, in diesem kollegialen Team zu arbeiten. Wir reflektieren unsere Arbeit in regelmäßigen Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen. Die Vereinbarung von Beruf und Familie ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Ich als Einrichtungsleiter habe immer ein offenes Wort für die Belange meiner Mitarbeiter. Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.